Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video und damit auch einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ja, die FED bzw. Paul hat gestern einigermaßen positive Worte gefunden. Was er genau gesagt hat, das schauen wir uns auf jeden Fall im heutigen Video an. Aber es hat auf jeden Fall die Börse und natürlich auch den Kryptomarkt nochmal etwas nach oben hin bewegt. Wir haben bei Bitcoin neues hoch erreicht. Ob das jetzt ein positives Zeichen ist oder ein negatives, das schauen wir uns auf jeden Fall heute an. Noch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like, da abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe, wenn ihr Bock auf Signale oder sonstiges habt. Join da gerne rein. Link wie immer unten in der Videobeschreibung bzw. in der Kommentarspalt. Und es würde mich riesig freuen, wenn ihr die 3000 Abos heute voll macht. Es fehlen noch, ich glaube 14 oder 15. Also gerne den Kanal auf jeden Fall abonnieren. Gut, und damit genug Eigenwerbung gemacht. Momentan traden wir bei ungefähr 23.700 US-Dollar. Wir hatten gestern während der Sitzung, hatten wir den Livestream, hat sich eigentlich wenig getan. Wir haben sehr, sehr wenig Bewegung in den Märkten bekommen in dieser halben Stunde. Erst als der FED-Vorsitzende Pole dann gesprochen hat, gingen die Märkte dann doch etwas ab und wir sind zwischenzeitlich hier bis auf 24.250 US-Dollar gekommen. Das war eigentlich noch so unser grobes Ziel, die Liquidität hier oben abgreifen und dann auch mit deutlich weniger Liquidität, als wir sogar hier davor hatten. Das heißt, wir holen uns immer mehr die Hochs hier oben ab, aber mit deutlich weniger Liquidität. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Und wir haben gestern schon darüber gesprochen, okay, dieses Rising Reg wurde jetzt auch nach oben hin erst einmal getestet. Wir haben weiterhin eine Bearish Divergence. Nicht nur auf den, die 1-Stunden-Bearish Divergence hat sich mittlerweile hier zwar Invalide gemacht, aber auf den größeren Timeframes liegt diese eben noch vor. Und jetzt guckt euch mal diesen Abverkaufs-Wig an. Spricht für mich eher nochmal dafür, dass wir vielleicht nochmal hier hochkommen und dann aber eine Gegenkorrektur kommt. Aber für mich wird es momentan immer heikler hier. Die 4-Stunden-Bearish Divergence immer, immer weiter. Wir sind wieder an diesem Downtrend gescheitert. Es sieht mehr momentan einfach nach Short aus. Es kann aber jetzt durch die positiven Effekte der FED weiter noch ein bisschen nach oben hin pumpen, weil wir schauen uns mal ganz kurz rein, was hier gesagt wurde. Poll, we have a different forecast from markets. Poll, given our outlook, don't see us cutting rates this year. Natürlich sagt er das. Und darüber haben wir auch gestern schon drüber gesprochen, dass wir uns nicht zu viel Positives erwarten lassen sollten von dieser ganzen FED-Rede. Natürlich wird er immer noch ein bisschen zurückrudern. Trotzdem sehen sie die richtigen Schritte bzw. merken, okay, es geht voran, aber es gibt noch keine Festsetzung der Zinsrate. Das heißt, momentan ist ja so eingepreist die 5-Prozent-Marke bzw. seit Monaten. Es kann aber sein, dass darauf nochmal so eine 0,25% hochgeht. Und das ist momentan immer noch so ein bisschen dieser Unsicherheitsfaktor. Aber trotzdem, an sich war es relativ positiv. Die Märkte haben positiv reagiert. Und natürlich hat er auch da drin gesagt, die Märkte reagieren oder preisen momentan schon eine niedrige Inflationsrate rein. Die FED sieht das aber noch nicht. Aber natürlich, Börse handelt auch Zukunft. Es ist klar, früher oder später geht die Rate zurück, weil sich das immer auf 12 Monaten bemisst. Aber gut, es war klar, dass Pole hier nichts Ultra-Bullisches sagt, einfach um die Märkte nicht noch zu weiter zu überhitzen. Aber zurück zum Bitcoin-Chart. Auch hier, wie gesagt, eine Korrektur ist meines Erachtens nach überfällig. Aber jetzt ist uns gestern spontan eigentlich im Livestream etwas aufgefallen. Da gehen wir mal ganz kurz auf den Binance-Chart und gehen mal ganz kurz auf den Daily-Time-Frame. Ihr seht hier schon so eine Andeutung von einem Fractal. Es sieht etwas bullish aus. Und zwar haben wir uns hier diesen Bereich hier vorgenommen, der so ein bisschen, sag ich mal, den FTX-Crash ein bisschen widerspiegelt. Klar, wir hatten vorher den Covid-Crash. War auch ein Sonderereignis, muss man auch dazu sagen. Aber dieses Fractal hat nicht wirklich gepasst. Aber hier dieser Zeitraum. Ich sage jetzt mal von, was war es? September 20. Und dann wären wir jetzt hier gerade in diesem Bereich bei Oktober 2020. Und danach, wie wisst ihr alle, was passiert ist, der Bullrun ist im Endeffekt gestartet. Wir hatten die erste richtige Korrektur erst hier in diesem kleinen Bereich. Da schauen wir mal ganz kurz. Da gab es dann eine 10% Korrektur oder 11% Korrektur. Und das ist dann auch im Endeffekt dieses Fractal hier. Es hat ein bisschen gewisse Ähnlichkeiten, vor allem mit dieser W-Struktur hier unten oder mit dieser Seitwärtsphase. Klar, es passt nicht 1 zu 1, sage ich jetzt einfach mal. Da müssten die Zeiteinheiten ein bisschen besser passen und sowas. Aber es könnte ein Indikator dafür sein, dass wir nicht jetzt erst einmal korrigieren. Dass wir hier wirklich noch in diesen 28k-Bereich gehen. Keine Ahnung, was das war. Dass wir noch in diesen 28k-Bereich hier oben gehen. Da würde das Fractal natürlich wieder perfekt passen in diesem Bereich zu dieser Ineffizienz. Dann eine 10-11% Korrektur in Richtung 25k. Und dann geht die Rally weiter. Und das ist ja auch das, was wir eigentlich spekuliert haben die letzten Monate. Also immer mit diesem Falling Ratch, was perfekt gepasst hat. Wo wir ein schönes, impulsives Breakout gesehen haben. Schön auch mit Volumen. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass dieses Fractal eintrifft. Deswegen würde ich es jetzt erst einmal gerne drinnen lassen. Ist uns gestern einfach mal aufgefallen. Und die Parallelen sind auf jeden Fall gegeben. Gut, zurück zu den kleineren Timeframes nochmal. Wie gesagt, wir haben die Bearish Divergence. Wir sehen aber auch, was wir gerade beim Fractal gesehen haben. Dieser aufsteigende Kanal, den wir hier haben, mit höheren Hochs, höheren Tiefs. Solange wir diese Struktur einfach noch haben, brauchen wir uns über ein Short keine Gedanken machen. Es macht einfach keinen Sinn. Und das habe ich ja die letzten Tage immer, immer wieder gesagt. Shortet nicht den Abtrend. Und deswegen kommen auch momentan keine Short-Signale oder irgendwelche anderen Signale, weil das Risiko einfach momentan zu hoch ist. Klar, wir haben hier wieder, wir sind hier deutlich durch dieses kleine Golden Pocket, wo wir gestern drüber gesprochen haben, die 23.4, drüber geschlossen und so. Mit Volumenbestätigung dann auch noch während der Fettsitzung. Neues High getroffen mit einigermaßen hier Volumen im 1-Stunden-Chart. Für mich sehr wahrscheinlich, dass wir uns eben dieses Hoch bei dem 24.3 nochmal holen. Und dann hier oben müssen wir uns dann wirklich mal Gedanken machen. Okay, lohnt sich hier gegebenenfalls ein Short mit zumindest einer Korrektur hier runter in die 21.6. Weiterhin sind natürlich die 18, 19k möglich. Aber umso länger wir hier oben konsolidieren, umso weniger glaube ich langsam, dass wir hier wirklich nochmal ein riesen Crash sind. Dass der Boden wirklich drinnen ist. Einerseits durch das Fractal, einerseits durch die positiven Aussagen. Es müsste jetzt schon wirklich ein größeres Ereignis meines Erachtens nach kommen, um nochmal ein Lower Low reinzukriegen. Weil die Märkte positiv sind. Fett macht langsam aber sicher Hoffnung. Klar, wir werden vier, fünf Monate auf diesen Zinsen bleiben. Aber früher oder später müssen die fucking Zinsen runtergesetzt werden. Weil die Märkte sonst im Endeffekt im Arsch sind. Momentan geht es den Märkten noch zu gut. Deswegen kann die Fett ruhig nochmal 0,25 reinhauen. Vielleicht ist es dann dieser Push Richtung 30k. Und wir ziehen dann in einem Monat nochmal diese 10, 11% Korrektur oder sogar 20% Korrektur runter. Ist nicht unwahrscheinlich. Möchte ich jetzt auch nicht sagen, dass das gar nicht kommt. Aber momentan ist einfach keine Shortzeit. Wir warten jetzt hier einfach möglicherweise sogar hier auf diesen nächsten Impuls nochmal runter Richtung 23,1. Würde meines Erachtens nach gut passen. Wir schauen mal ganz kurz die Trader Reality Indikatoren an. Ein Stunden Chart. Haben wir hier eine schöne Vector Candle. Sollten wir nochmal runterkommen. Zum Ursprung, wo die Fetträte war im Endeffekt. Nochmal hier runter. Higher Low und dann neue Long Positionen hier in Richtung Higher High 24,3. Das ist momentan die Einstellung, die ich habe. Gut. Und dann gleiches Spiel auch Ethereum. Hier haben wir auch gestern schon mal im Livestream drüber gesprochen. Wir hatten ja hier dieses Symmetrical Triangle auch mit Higher Lows. Das heißt, wir waren hier weiterhin in einem Abtrend. Kein Short oder kein Short Setup. Auch hier möglich meines Erachtens nach. Oder hätte es sich einfach nicht rendiert. Und wir haben zwei wichtige Zonen getroffen. Einerseits haben wir gestern drüber gesprochen. Okay. Ein Higher Low ist hier deutlich, deutlich wahrscheinlicher als bei Bitcoin. Beziehungsweise, dass wir hier nochmal einen Puls kriegen. Und den haben wir bekommen. Und nicht nur den hier bei 1680. Sogar genau hier auf Dollar genau 1696. Und wer die Videos immer schaut, kann sich daran erinnern. Das ist diese Ineffizienz hier drüben gewesen. Die wurde jetzt auch gefüllt. Das heißt auch für mich, Ethereum kommt langsam aber sicher in einen interessanten Short Bereich. Klar, ein Stunden Chart. Bearish Divergence aufgelöst. Volumen exorbitant hoch in diesem Bereich bei den 1696. Wir blicken mal ganz kurz auf den 4-Stunden-Timeframe. Wie sieht es da aus? Dort haben wir weiterhin diese Bearish Divergence vorliegen. Einerseits von diesem hoch. Von diesem hoch knabbern wir zumindest gerade oder minimal drüber. Und von diesem da drüben auch. Also das heißt, die Bearish Divergence ist auf jeden Fall noch intakt. Wir haben keinen 4-Stunden-Close über diesem hoch bekommen bei den 1680. Kein gutes Zeichen. Spricht eher dafür, Liquidität oben abgegrast. Liquidität aus den Ineffizienzen, die wir beide vorliegen hatten. Und den High, was wir hier drüben hatten. Ist nicht bullisch. Deswegen, Blick in den 1-Stunden-Chart nochmal ganz kurz. Schauen wir uns das nochmal an. Für mich auch hier momentan eher das Szenario, entweder wir gehen hier jetzt runter Richtung 1500, sagen wir mal 1590 wäre das gute Szenario. Würde aber auch bedeuten, okay, wir gehen hier in 4% Crash. In Anführungszeichen Crash, ihr wisst, was gemeint ist. Ist aber nicht unwahrscheinlich, um dann, sage ich mal, hier nochmal so ein kleines Doppeltop und die Liquidität nach oben hin abzugrasen. Aber, schauen wir uns auch mal hier mit einem kleinen Golden Pocket das an. Wahrscheinlicher ist dann hier die 1616. Einfach um hier diesen Bereich einfach nochmal aufzufüllen. 1616, dann nochmal hoch, Liquidität abgreifen und dann short. Momentan in der jetzigen Situation würde ich weder bei Bitcoin noch bei Ethereum in irgendwelche Short-Positionen reingehen. Wir haben keine Bearish Divergence mehr in den kleinen Timeframes. Die größere ja. Wir haben aber auch viel, viel zu viel Volumen hier in dieser Candle, die dafür spricht, dass wir uns diese Liquidität eben nochmal holen. Und dann wird es sowieso ernst, dann könnte theoretisch sogar die 1760 US-Dollar-Marke kommen. Gut, soviel zu mir. Ihr merkt, die Märkte sind einfach bullisch durch die Fettsitzung gestern. Es hat sich viel getan. Für uns positiv, sage ich jetzt einfach mal, trotzdem, es ist noch nicht Zeit, hier Bullrun auszurufen. Wir müssen hier über die 25.2 kommen. Danach sehe ich die Sache deutlich, deutlich bullischer. Dann können wir von mir aus auch in Bullrun starten. Aber momentan immer noch so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Ich will jetzt hier nicht der Ultra-Bär sein oder sowas, das wisst ihr, aber wir müssen die Sache auch ein bisschen neutraler betrachten und nicht, sage ich mal, jetzt hier in komplett Fomo verfallen. Ich glaube, das kriege ich hier ganz gut momentan noch hin. Aber ich will auch euch nicht in irgendwelche Shorts reindrängen. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Es ergeben sich momentan einfach noch keine Shortmuster. Aber wir kommen langsam in Bereiche, wo es immer, immer interessanter wird, wieder ein Risiko eingehen zu können. Trotzdem wäre ich gerne noch nebenbei in einer anderen Long-Position, einfach um das ein bisschen zu hatchen. Aber wie gesagt, wir warten jetzt mal heute die nächsten Stunden ab. Im Laufe des Tages kommt natürlich auch noch die Anträge auf Arbeitslosenhilfe und die Folgeanträge. Und was auch noch kommt, wir haben morgen die NFPs, das heißt Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, die auch nochmal vielleicht uns ein bisschen Schwung geben könnten, wenn die deutlich, deutlich schlechter ist. Ist positiv für uns, schlecht für die FED. Und dann schauen wir einfach mal nach, wie das ausläuft. Gut, und damit würde ich sagen, genug Werbung gemacht oder beziehungsweise genug für das Video. Ich habe doch gar keine Werbung gemacht. Mann. Gerne Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, würde ich mich riesig drüber freuen. Ansonsten Like da lassen, Abo da lassen, macht die 3000 Abos voll. Riesig, riesig, würde ich mich darüber freuen. Und dann war es das von meiner Stelle. Wir hören uns später oder heute Nachmittag nochmal zu einem kleinen, Altcoin-Update und Livestream. Wie gesagt, habe ich gestern schon gesagt, weiß ich nicht, ob sowas wird. Wird dann, wenn dann, ganz, ganz spontan. Gut, was von mir? Like da lassen, Abo da lassen. Bis später. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.